Kapillare Diskriminierung Ah, nee. Wow. Romero aus dem Arsch. Das wird nix mit dem Fascho. Wir kriegen eine neue Fertigkeit. Was bekommen wir denn diesmal? April Fox, ich berichte von einer schrecklichen Entwicklung. Es wurden Krabbler gesichtet. Die neueste Form von Zombies. Sie scheinen kräftiger zu sein als andere Zombies. Zeugen erwähnen, dass sie sich an Wänden hochziehen können. Außerdem sind Krabbler leiser als andere Zombies. Sie wissen die Fähigkeit, unerkannt von hinten anzugreifen. Ah, okay, die können das. Ich bin April Fox, Z&T News. Landteil bei Massenkarambolage im Straßenverkehr getötet. Gut. Hm. Was? Sondermeldung? Schrödingers Katze lebend. Aufgefunden. Physiker erleichtert und verwirrt. Babytritte sollen Zeichen von Gesundheit sein. Achso, schade ich das. Da kommt noch was. Okay, das von Blitz getroffen kennen wir schon. Achso, das bringt mir hier erst was. Ja, dann hoch mit dir. Night of the Lupus. Ziel. Hilf einem Krabbler vom Krankenhausgelände zu entkommen. Herausforderung? Kopfsache. Töte die Feiglinge in ihrem Verstärk am Empfang. Ohne ein Opfer einzusetzen. Ähm. An welchem Empfang jetzt genau? Ich vermute mal... Ne, Moment mal. Die können aber nicht gemeint sein, oder? Das ist die Rezeption. Exit. Einen muss ich durchkriegen. Einen muss ich durchkriegen. Ähm. Ja gut, wird sich jetzt gleich zeigen. So. Da komme ich eigentlich rein jetzt, ne? Gut. Also ohne ein Opfer einzusetzen. Da komme ich jetzt gerade gar nicht rein, ne? Der klettert aber jetzt nicht hier hoch. Der Sprung reicht nicht. Ähm. Wie bitte schön? Soll ich das denn jetzt machen? Ne, ne, ne. Wir haben ja sonst keine Zombies, oder? Ähm. Oder können die höher springen? Ne, auch nicht. Oder kann der da ran... Achso. Moment mal. So. Mhm. So macht man das. Mal erst mal gucken. Okay, die sind da hinten. Wenn die Tür zu ist, komme ich nicht mehr ran. Dann versuchen wir doch mal... ...es denen auch Krabbler zu machen. Wobei, ich... Erst mal gucken, wie der jetzt klettert. Aber ich nehme an, der klettert hier einfach rechts rum. Ja. Das war anzunehmen. Was ist das jetzt da? Bleib stehen. Danke. Ach, ich spürt noch einen. Hab gepennt. Ha. So, dann springst du mal wieder da hoch. Ja, kann der da? Ne, der kann doch nicht hoch. Der muss von oben kommen. Wann machen wir das doch mal... ...dass wir direkt hier hochkommen? Oh, jetzt macht er das doch kaputt. So, das haben wir. Ah, jetzt ist die Tür auf. Das können wir ja... Ah nein, das war blöd. Das war ja total blöd. Lass mal die mal weiterlaufen. Wo komme ich denn da rüber? Oh, nee. Oh. Gucken, ob ich da so hinkomme. Das sieht so noch danach aus. Nein! Ach, Mist. Jetzt brauche ich doch ein Opfer. Na gut. Einmal Opfer, bitte. Jetzt habe ich versaut. Schade. Ich glaube, ich war auf einen guten Weg. Was? Ne. War noch ein Opfer. Was mit dem Timing klappt gerade gar nicht. Jetzt aber. Ah, jetzt klappt das. So. Schön. Das hat funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir da noch rüberkommen. Oder macht das mehr Sinn hier? Das macht mehr Sinn da, ne? Guck mal, ja. Wofür haben wir dich, Krabbler, denn schon, ne? Einmal springen, bitte. Da ist zum Beispiel der Stütters mit der Wand nicht. So. Dann haben wir die auch. So. Ach, ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. So. Das braucht mal. Wie kommen wir denn jetzt an die ran? Also, ich kann gar nicht springen. Ich wollte gerade, dass die aufspringen, aber das geht ja gar nicht. Ach, Mist. Jetzt kann ich das schon wieder nicht ohne machen. Ah, aber damit ich hier hinkomme, muss ich so... Ach, okay. Gut. Kann ich auch so machen. Ich weiß nicht, ob das so clever war. Hauptsache, ich habe die Fertigkeit jetzt. Komm, alles mal auffressen, bitte. Den sprengen wir jetzt. Ich will den Krabbler aber eigentlich gar nicht töten. So, du holst dir die da. Dann haben wir es doch eigentlich schon, ne? Oh, oh. Ah, doch, das überleben sie. Oh, kommt sie nicht. Okay. Abgeschlossen. Aber leider... Kopfsache nicht geschafft, ja? Schade. Gibt es den Menschen 27 verbleiben? Zumindest 17, Zeit 8, 19. Und es ist ärgerlich, dass ich die Herausforderung nicht geschafft habe. Aber ich habe noch wie. Aber das ist noch so, ich habe Angst. Vielen Dank.